hallo leute hier habe ich eine wunderschöne hände fahrrad handy halterung von amazon zum testen gekriegt also diese ist ganz ganz einfach gebaut es besteht nur aus zwei teilen hier hätten wir erst einmal der manchester des komplett aus gummi also des aus flexibel aber hart und dick ist es und innen drin ist es auch aus gummi wenn man das am fahrrad befestigt damit es auch bomben fest hält hinter der seite ist aus plastik also nicht billig gemacht sondern richtig schöne harte plastik und das bricht 100 prozent nicht so leicht da habe ich jetzt zu gemacht ja man kann das natürlich auch feststellen wie man da sieht das sind ja auch löcher dran je nachdem wie dick unsere fahrrad ist wo man das halt im baut befestigt und das teil kommt jetzt einfach hier reingeschoben und ist schon auch fertig so leicht ist es jetzt habe ich das ein bisschen rauf gesteckt drücke ich mal noch drauf und jetzt ist es drin und das hält wirklich bombenfest also es hält wirklich da da fällt kein handy wenn man das auch andersrum rein tut da das handy fällt nicht darunter also das rutscht nicht raus und das kann man auch 360 grad drehen ohne probleme das geht also mit der hand mit einer hand gibt es natürlich probleme aber so kann man das eigentlich schön drehen wie man sein handy haben will waagerecht oder senkrecht je nachdem und das teil gefällt mir sehr sogar und da passen also größere handys auch rein da gibt es gar keine probleme mit größeren handys also finde ich super der gummi ist sehr sehr dehnbar also 5,5 zoll oder 6,2 handys passen genauso rein also das teil gefällt mir sehr sehr gut das besteht wirklich nur aus zwei teilen und das ist super und bombenfest ich gebe da 5 punkte 5 sterne